Willkommen in der vierten Woche. Jetzt wird es richtig wild. Wir wollen eine große myofasziale Kette, also eine muskuläre fasziale Verbindung von Fuß über Wade, Kniekehle, hintere Oberschenkel, Gesäß und Lendenwirbelsäule triggern, behandeln und diese Kette natürlich positiv beeinflussen. Ich erzähle dir natürlich, warum wir das tun. Das machen wir später. Und zum Schluss machen wir noch eine ganz, ganz tolle Behandlung für deinen Darm. Und dann erkläre ich dir natürlich, warum der Darm mit Gesäß bzw. auch mit Lendenwirbelsäulenbeschwerden zu tun hat. Legen wir direkt los mit dem Fuß und da haben wir einen ganz speziellen Punkt und den müssen wir triggern, weil da herrscht unfassbar viel Spannung. Kathi legt mal ihren Fuß auf mein Bein. Und hier haben wir den knöchernen Fersenblock und vor der Ferse haben wir hier einen wichtigen Punkt. Und dieser Punkt macht gerne auch Plantarfasziitis, der macht auch gerne Fersensporn, der macht Fußprobleme. Und diesen Punkt schaut euch zu Hause, den behandeln wir jetzt. Und das machen wir natürlich mit unserem T-Mix Meter Fußtrigger, mit diesem mittleren hohen Steg. Und wenn ihr keinen Meter habt, können wir das natürlich auch mit dem T-Mix Original Trigger machen. Wir wollen es aber mit dem Meter machen. Ich zeige es euch ganz schnell, wie es mit dem Trigger funktioniert. Kontaktstelle finden, nach einer Minute Gewöhnungsphase dann die Zehe beugen und strecken. Das macht ihr gerne drei Minuten lang. Aber wir wollen es mit dem Meter machen, Trigger weg und jetzt die beliebige Stelle auf dem T-Mix Meter platzieren. Das andere Bein wird nach hinten verlagert. Eine Minute Gewöhnungsphase und dann beginnen wir mit der Mobilisation, während wir triggern. Kathi legt los und ihr zu Hause auch. Das Knie wird schön nach vorne bewegt. Der Körperschwerpunkt wird nach vorne verlagert. Und jetzt erreichen wir was ganz Tolles. Ihr wisst es, Triggerimpuls und Mobilisation. Und das ist ganz wichtig. Ich wiederhole das super gerne sehr häufig. Triggern, das Gewebe drücken und Mobilisierung, also Bewegung. Und dann kriegen wir Scherkräfte und dann können wir wunderbar dann auch das verspannte Gewebe entgegenwirken. Also Kathi macht das super. Das machen wir drei bis fünf Minuten. Der mittlere Bereich des Fußes ist auch sehr, sehr wichtig. Hier, da läuft unsere Plantarsehne entlang. Also ihr müsst jetzt auch gar nicht wissen, wo muss ich genau? Einfach mitten rein. Und da platziert die Kathi den Bereich auch auf dem T-Mix Meter. Gleiches Prozedere. Erstmal eine Minute gewöhnen. Wir machen das hier ein bisschen schneller. Und dann beginnt die Mobilisation, während du Triggerst. Jetzt haben wir den Bereich vor der Ferse. Und jetzt gerade den mittleren Bereich des Mittelfußes. Und das macht ihr bitte auch mindestens drei Minuten. Habt ihr das gemacht? Dann setzen wir uns auf den Boden. Wir nehmen den T-Mix Original in die Hand und triggern jetzt unsere Wadenmuskulatur. Und das ist unheimlich wichtig. Und ihr merkt schon, wir wollen jetzt die hintere Kette vom Fuß hoch nach ganz oben zur Lendenwirbelsäule. Wir legen die Wade auf den T-Mix Original. Gleiches Prozedere. Eine Minute warten und dann beginnt die Mobilisation des Fußes. Fuß ran und Fuß lang. Der Wadenmuskel ist groß. Wir können natürlich auch oberhalb oder unterhalb die Wade komplett triggern. Schau bitte, dieser Muskel ist groß. Und hier gibt es natürlich viele unterschiedliche Knotenpunkte, Triggerpunkte, Festigkeiten. Screen die Wade ab. Und dort wo du fühlst, oh da muss ich ran, da ist es fest, dann behandelst auch du diesen Bereich an der Wade. Immer dran denken, pro Punkt drei bis fünf Minuten. Erst triggern 30 Sekunden, dann mobilisieren während du triggerst 30 Sekunden und das im Wechsel so häufig in einem Zeitfenster von drei bis fünf Minuten. Wir gehen hoch Richtung Kniekehle. Der T-Mix Original wird hoch versetzt in Richtung Kniekehle. Das ist auch ganz wichtig und hilft uns auch bei Gesäß- oder auch Lendenwirbelsäulenbeschwerden. Warum? Weil einfach es wichtig ist, dass wir diese hintere Kette, diese hintere Kette wunderbar beeinflussen können. Die Kniekehle ist ein anatomischer Knotenpunkt. Das ist ein Engpass, dort laufen Gefäße, atrielle Gefäße her. Dort laufen Venen her und da laufen auch Nerven her, die halt unheimlich wichtig auch für das Bein sind. Das heißt, die Kniekehle wird jetzt auch mit der T-Mix drei Methode getriggert. Nach der Minute wird mobilisiert mit dem Fuß und im Anschluss nach den drei bis fünf Minuten. Ihr macht das natürlich ganz entspannt zu Hause. Ihr lasst euch Zeit, Hochpunkt drei bis fünf Minuten und nach dieser Waden, aber auch Kniekehlen-Triggerbehandlung, dann dehnen wir das natürlich. Einmal hoch, Kati kommt hoch und zeigt uns, wie wir die Wadenmuskulatur dehnen. Einmal hier die lange Wadenmuskulatur. Das Knie wird nämlich durchgestreckt und wichtig, achtet bitte darauf, dass die Ferse immer auf dem Boden bleibt. Der Körperschwerpunkt wird nach vorne verlagert auf das linke Knie, jetzt hier als Beispiel. Und jetzt merkt ihr einen Dehnreiz hier in der langen Wadenmuskulatur. Das macht ihr bitte ein, zwei Minuten. Die kurzen Wadenmuskeln, die kriegt ihr so, das Knie wird angebeugt, die Ferse bleibt unten und jetzt habt ihr im unteren Abteil wahrscheinlich eher den Dehnreiz. Das macht ihr natürlich auch ein, zwei Minuten und diese Dehnübung ist gut, für natürlich Achillessehne, aber auch klar dann auch für die langen und kurzen Wadenmuskeln, aber auch für die Kniekehle. Gehen wir weiter. Ihr setzt euch auf den Stuhl, Kati auf den Block. Wir nehmen den T-Mix Original-Trigger und triggern die hintere Oberschenkelmuskulatur. Ganz wichtig, im Verlauf der hinteren muskulären Kette. Hier sehen wir es sehr, sehr schön. Kati zeigt uns das nochmal. Da ist er und jetzt verschwindet er in der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Auch hier eine Minute gewöhnen und dann Knie strecken und beugen. Das könnt ihr wunderbar auf der Arbeit machen, aber auch zu Hause am Esstisch oder auf einer Treppenstufe. Da gibt es viele Möglichkeiten. Der Oberschenkel, der hintere Oberschenkel ist groß. Wir haben viele Möglichkeiten, auch hier wie bei der Warte ähnlich, dann mehrere Verspannungsregionen auffindig zu machen und die müsst ihr bitte dann auch jeweils mit drei bis fünf Minuten bearbeiten. Einmal hoch und die hintere Oberschenkelmuskulatur muss natürlich gedehnt werden und das machen wir gerne auch so. Die Kati zeigt das. Oberkörper nach vorne. Idealerweise das Knie durchstrecken, Fuß ranziehen und dann werdet ihr hinten einen Dehnreiz verspüren. Das ist wichtig. Hier können wir aber auch ein bisschen tricksen. Die Ferse, die wird jetzt richtig in den Boden reingedrückt. Die Ferse drückt runter in den Stuhl oder in den Block. Somit spannt ihr die hintere Oberschenkelmuskulatur an. Ihr macht sie somit schwach und müde. Das macht ihr zehn Sekunden. Lasst los und dann könnt ihr weiter in die Dehnung reingeben. Der Fuß kann man besser hochheben und die Dehnung funktioniert viel, viel besser. Das könnt ihr drei bis fünf Mal gerne machen. Also den Muskel, den ich dehnen will, den spanne ich vorher an, um ihn müde zu machen und dann können wir den viel besser dehnen. Nächste Region ist die Gesäßmuskulatur. Ist ja klar, ganz wichtig für Gesäßprobleme und natürlich auch Lendenwirbelsäulenproblematiken. Wie gewohnt, wir nehmen den T-Mix Original und das kennt ihr schon. Kathi zeigt es natürlich noch mal schnell. Die Übung kennt ihr sehr, sehr gut. Ihr sucht euren individuellen Schmerzpunkt in der Gesäßgegend und nach einer Minute Gewöhnungsphase triggert ihr euer Gesäß. Dann beginnt ihr mit der Mobilisation und das Ganze bitte im Wechsel triggern und triggern während ihr mobilisiert zwischen drei und fünf Minuten. Ihr merkt, jetzt haben wir schon super viel gemacht. Die hintere Kette von Fuß, Wade, Kniekehle, hintere Oberschenkel und jetzt sind wir am Gesäß. Die Dehnung, die kennt ihr. Die haben wir schon häufig gemacht. Bitte macht auch jetzt die Dehnung noch dazu. Kathi zeigt sie noch mal ganz, 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 ganz schnell, wie sie aussieht. Das ist die Yoga-Übung, die Taube. Wir gucken uns die mal ganz schnell noch mal an und das bitte ein, zwei Minuten durchführen und das ist dann wirklich ideal für die hintere Kette. Zum Abschluss setzen wir uns noch mal hin und triggern mit dem Themix-Paarer unsere Lendenwirbelsäule und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier schauen, dass wir die Lendenwirbelsäule schön von oben bis unten abtriggern. Kathi nimmt gerne den Para und legt sich auf den Themix-Paarer Rückenträger drauf. Das kennt ihr. Auch hier wieder die Themix-3-Methode. Beine aufstellen, dann bekommt ihr einen höheren Druck. Wenn das zu viel ist, die Beine flach auf dem Boden, dann ist der Druck ein wenig weniger. Die Mobilisation mit aufgestellten Beinen, Knie langsam nach links und rechts mobilisieren und jetzt haben wir wieder den Effekt, gerade wichtig für die Lendenwirbelsäule, dass wir diese Spannungen aus der Lendenwirbelsäule rauskriegen. Bei Schmerzen in der LWS, bei Gesäßproblematiken ist es unabdingbar die Lendenwirbelsäule richtig zu behandeln. Wir müssen die Spannung da rauskriegen und deswegen ist es ideal, dass wir mit dem Triggern schön tief in das Gewebe kommen und dort aufräumen können. Und das könnt ihr wirklich schön machen hoch und runter entlang der Lendenwirbelsäule. Wenn ihr keinen Paarer habt, natürlich auch mit dem Themix Original Trigger möglich. Was für eine Kette von Fuß bis Lendenwirbelsäule. Jetzt habe ich euch versprochen, zum Schluss bekommt ihr noch eine richtig schöne Übung. Den Trigger bitte einmal raus und auf dem Rücken liegen bleiben, zu Hause. Und jetzt greift die Kathi mit beiden Händen schön üppig genau oberhalb des Schambeines, üppig den kompletten Unterbauch-Darm-Bereich. Wir wollen ganz viel Darm haben. Ich mache das mal vor, dass wir wirklich ganz viel Darm und Unterbauch brauchen und schieben diesen Darm-Unterbauch nach oben. Das kann ich therapeutisch machen, das kann ich aber auch selber machen. Und dieses Paket Unterbauch und Darm, das ist der komplette Dünndarmbereich, den schiebe ich jetzt mal Richtung Kopf und entlastet diesen Dünndarm, diesen Bauchbereich. Und das haltet ihr. Gerne ein, zwei Minuten. Atmet tief ein und aus. Spürt mal nach. Und diese ganzen Spannungen im unteren Bauch können wir durch diese Technik hier entlasten und entgegenwirken. Der Darm ist innen drin faszial mit der Lendenwirbelsäulenmuskulatur verbunden. Das ist tatsächlich so. Und wenn der Darm bisschen rumort, wir Darmprobleme haben, Bauchschmerzen, vielleicht auch eine kleine Darmerkrankung haben, das kann ja sein. Das ist in Deutschland nicht unüblich, dass Magen-Darm-Problematiken wegen Stress sehr sehr häufig in Deutschland vorkommen. Und das mal Rückenschmerzen. Aber auch gerne dann auch in Richtung Beckenausstrahlung verursachen. Und wenn ihr jetzt diese schöne Übung, den Darm nehmt und den entlastet, ja, schön nach oben entlasten und dann können wir diese Spannungsverhältnisse zwischen Darm, fasziale Darmkultur, also der Darm, diese Darmaufhängung und Rückenmuskulatur, Beckenmuskulatur, können wir dort entlasten. Das ist positiv für das Becken und für die Lendenwirbelsäulen. Jetzt haben wir super vieles gelernt und die Woche ist voll mit Übungen und einer schönen Darm-Technik. Gebt Gas, viel Erfolg und es wird bestimmt schon viel, viel besser.